Was ist die Klinik für den Klinik? Und hier sieht es einfach alles professioneller aus. Also es ist hier wahnsinnig professionell und macht einfach einen tollen Eindruck. Ich hatte keine Schmerzen nach dem Einsetzen der Implantate, hatte sehr viel Angst vorher und kann jetzt nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Was ist die Klinik für den Klinik? Was ist die Klinik für den Klinik? Was ist die Klinik für den Klinik? Was ist die Klinik für den Klinik?